Hallo und herzlich willkommen zurück zu Day of 20. So, ich würde jetzt gerne mal hier langsam ein bisschen aufräumen. Ich komme langsam so in den Aufräum-Mode, dass wir alles hübsch machen und kompakt und... hast du nicht gesehen? So, den Charger. Ähm... Ich glaube... Das Ding kann auf jeden Fall erstmal weg. Oh, ich habe noch drei Speedcarts. Oh, cool, die können wir auch noch verteilen. Ähm... Das ist immer eine ganz gute Idee. Ich glaube, ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf... Hm, dann, ähm... kriegt jeder eine. Hier, die. Und... das hier. So. Soll's, was soll's. Hier unten lassen wir erstmal... Ist erstmal nicht so wichtig. Ich könnte... Ähm... Ich überlege gerade... Nee... Nee, 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 aber... Ich... Oh, nee, das ist eine Scheißidee. Lassen wir das einfach und lassen ihn irgendwie oben stehen. Und stellen ihn einfach... Puh... Auf den nächsten Drive. So. Äh... Drive. Wir machen einen weiteren... Drive, Drive, Drive. Machen wir dafür eine weitere... Engineering... Engineering... Start. Kein Thema. Haben wir genug. Also können wir jetzt zum Glück machen, denn es ist automatisiert. Yay. Obwohl, die Speedcars können wir eigentlich machen. Äh... So brauche ich noch... Vier... Drei Sätze. Äh... Acceleration Chord. Schwupp. Ähm... Was hab ich gesagt? Neun. Äh... Hier... Sechs... Acht... Neun. Und... Flux Crystal. Die? Können wir auch die Pure nehmen? Ja. Perfekt. Ähm... Eins, zwei, drei, vier. Äh... Neun. Neun. Gut. So. Dann... Wupp. Hauen wir hier mal Speed rein. Ohne Grenzen. So. Hä? Verrechnet? Sache. Irgendwann. Stimmt. Hä? Hab ich hier fünf stehen? Ah ja, stimmt. Ich hab hier fünf stehen. Stimmt ja. Gar nicht vier, sondern... Fünfe. Gut. Ähm... Acceleration. 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 Ach ja, und... Calculation. Calculations. Sechs Stück, so. Arbeite. Zack. Gib Gummi, du. Silikon, du. Silicon. Schöne. Okay. Ähm... Drive. Technisch sieht's bestimmt gut aus. No. Dann, ähm... Was hab ich denn? Ich hab 4K. Und 1K, denk ich mal. Aber 4K reicht, glaub ich, vollkommen aus. Ähm... Und fragt sich halt, wie viele. Kriegen wir... Sechs hin? Nein. Ich brauche mehr Pure... Äh... Zertus Quarz. Okay, das kriegen wir hin. Sand. Und... Zertus Quarz. Duschk. Schwupp. Und dann können wir unten mal eben... Äh... Hier... meinen Ring entfernen. Und... Ist das angeschlossen? Oh, okay. Wachse, wachse. Dann mach ich schon mal die, die ich machen kann. Dann mach ich schon mal... Das sicher. Äh... 4K. 4K. Ich hab mal 3. Juhu. Gut. Ähm... Und... So, äh... Ja, kommt hierhin. Ich hoffe, das funktioniert noch. Ich hab noch nur Channel frei. Aber... Ich glaub, ich hab alle über die Dingens... Die Dance Cable angeschlossen. Und das ist gut. So, 4K. 4K Storage Cell. Quarzglas. Und zwar... Warte mal, ich will 6 machen. 5... 5... 11. Gut. Ach ja. So, und... Ach genau. Danach machen wir bei Tanja... Den Ring, den ich noch wollte. Hopp. Ich hab jetzt ehrlich gesagt keine Lust, die vorzuprogrammieren. Passt schon so. Wir werden schon eine ganze Menge davon machen. Dann wird es irgendwann passen. So. Okidoki. Der kann weg. Der überhalte ich noch. Der muss dann gleich wieder rein. Irgendwann. 4K. Ich warte noch auf meine Pure Dingern. Die brauchen noch ein bisschen. Aber wir könnten eigentlich mal mehr von den... Ähm... Wie heißen die noch gleich? Auch Accelerator. Growth Accelerator. Genau. So. Eins. Zwei. Und... Hopp. Hopp. Sehr fein. Und natürlich... Emi-Cable. Ähm... Da. Nein. Meine Struktur hier mit dem... Ne? Ist echt... Der Wahnsinn. So. Ähm... Da. So. Und... So. Wunderbar. Jetzt wird es richtig fix gehen. Ich denke, jetzt können wir zugucken. Denke ich zumindest. Hier ist eigentlich auch noch ein Mega-Chaos. Also... Jetzt könnte ich auch mal aufräumen. Und mal zwei Kühe, die ich hier habe. Hallo. Wo ist denn hin? Und hier habe ich ein Loch. Warum habe ich hier ein Loch? Oh. Huch. Fertig? Nein? Nein. Ah. Next Stage. Sehr schön. Wie schaut es dir aus? Hier wird fleißig gearbeitet. Ja? Ja, wird es. Sehr, sehr schön. So mag ich das. So mag ich das. Aha. Gut. Komm schon. Werd fertig. Und wir können direkt mal... Exzess. Haha. Es funktioniert. Sehr schön. Jawohl. Was bräuchte ich eigentlich mit meinem Maler-Tablet für gar nichts eigentlich? Hm? Nee? Warte. Ah. Mal tauschen. Ah. Fertig. Sehr schön. Und ich würde gerne natürlich... ...dann hier... ...eh. Break. Du bist nicht angetatscht. Gut. Ähm. Sehr schön. Okidoki, dann. Die letzten drei. 4K. Und go. Sehr schön. Ähm. Ring kann wieder rein. Und wir können mal kurz gucken, was mein anderer Ring braucht. Ähm. Mut an, ja. Und zwar... Hey, wo ist er denn? Ah, 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 ah. Hier. Da. Sojourneys. Sash. Was brauchen wir? Woon of Earth. Woon of Air. Earth und Air. Earth. Eins, zwei, drei. Und... Stone. Coal. Mushroom. Coal. Stone. Mushroom. Und... Eisen. Okay, und... Ähm. Und... Air. Eins, zwei, drei. Carpet. Feder. String. Okay, das ist easy. String. Car... Repet. Habe ich nicht. Ähm. Feather, natürlich. Wohl haben wir inzwischen genug. Durch unsere Schäfchen unten. Äh, nee. Oh. Ein Carpet. Und natürlich. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Männerstil. Sehr schön. Sonst noch was? Bevor ich jetzt wieder losrenne. Ein weiteres Mann aus dir. Das ist Aluminium. Das ist Eisen. So. Sehr schön. Sehr schön. Ach ja. Ähm. Den machen wir natürlich hier. Dann brauche ich mal ein Stöckchen. Stöckchen. Wo bist du denn? Stirb. Mann. Ähm. Ähm. What? Oh Gott, wo ist der denn? Ob ich ihn schon wieder hingetan? Ist er hier drin? Nein! Hm, wo hab ich ihn hingetan? Hm... Jetzt ist ihn eigentlich noch gleich. Doch, es ist Wand of the Forest. Okay. Ach nee. Doch. Ah... Bienen, klar. Natürlich nicht. Kann es sein, dass ich irgendwo mein... Hatte ich hier mal ne Bag? Ne Bodenberger Folding oder so? Hab ich die irgendwie verloren? Äh, ich bin verwirrt. Verwirrt, verwirrt, verwirrt. Hm. Das heißt, dann machen wir eben neu. Ups. Eins, zwei, drei. Zum Glück auch nicht teuer. Haha. Und hier... den hübschen Grün. So. Eins, zwei, drei. Womit fangen wir an? Hier... Carpet... Äh, Carpet, String, Feder... und... ganz schön. Aber... Ich schnapp mir noch ein bisschen Living Rock zum Reinwerfen. Zwei Stück hab ich noch. Perfekt. Wupp, 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 wupp. Prost. Ah. Ähm, da war. Sehr schön. Und dann... Ähm... Äh... Mushroom, Kohle... Stein... Und... Äh... Eins, zwei, drei. So. Piu, piu, piu. Läuft. Das geht recht fix. So. Blitze, Blitze. Ja. Und... Piu. Sehr schön. Heretisch. Und dann... Zack, 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 zack. Ähm... Two Journeys. Dingsbums. Und... Kazam. Da haben wir ihn. Jetzt können wir... Einmal kurz Speed-Vergleich. Ähm... Dabdi, 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 da. Dabdi, 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 da. Oh, ja. Und ich fliege schneller. Oh, ja. Ich fliege sogar sehr viel schneller. Oh, yeah. Ja, jetzt die Quarry gewütet. Ach, ne. Das war mein Ritual. Genau. Haha. Sehr schön. Ich bin sehr zufrieden. Woppa. Ja, jetzt bin ich... Oh Gott. Könnte Probleme geben, aber... Hey. Hauptsache, wir sind ultra schnell. Ultra schnell. Oh Gott. Tut mir leid, wenn ihr jetzt auf YouTube nicht ganz so viel seht, weil es wirklich sehr schnell ist. Aber, hey. Was soll's. Okay. Zack. Wunderbar. Hab ich. Hab ich. Ach ja, ich hab die andere Rüstung noch aufgehangen. Die sieht auch sehr geil aus. Sehr, sehr cool. Boom. Yeah. Guck mal, ob wir die noch zusammen kriegen. Das wär echt ganz cool. So, was haben wir denn in Taumcraft mit sich noch zu tun? Ich weiß es gar nicht. Ähm, grün. Und was wollten wir eigentlich noch tun? Ich weiß es gar nicht mehr. Haben wir unseren anderen Wand schon? Nein, haben wir nicht. Infusion haben wir auch noch nicht ganz aufgesetzt. Also da fehlt noch das ganze Gedönse hier. Den können wir auch mal bauen. Der ist ganz praktisch. Und ansonsten. Genau. Die Rüstung und ein paar Ringe haben wir auch noch. Die Lampen sind sowieso immer cool. Ja. Schauen wir mal nächste Folge, ob wir da was Lustiges finden können. Und ich würde sagen, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.